Um der Kirche und der Welt zu dienen, müssen Priester Heilige sein, so Papst Franziskus. Eine Neuevangelisierung wird nur dann wahrhaft möglich sein, wenn wir Christen in der Lage sind, die Welt erneut zum Staunen zu bringen und ihr Herz anzurühren durch die Verkündigung des Wesens der Liebe unseres Gottes. Immer wieder wendet sich der Papst in seinem Pontifikat an die Priester. Unsere Beziehung mit Jesus Christus, die Beziehung, der für sein Volk gesalbten, muss in den Priestern jeden Tag ein wenig mehr wachsen. Es ist schön, so der Papst, auf Priester zu treffen, die ihr Leben gegeben haben, um wirklich Priester Jesu Christi zu sein. Priester, die mit Leib und Seele tätig waren, Priester, die ihre ganz individuellen Berufungen und Charismen für die ihnen anvertrauten Menschen einsetzten, haben zu allen Seiten sichtbare Spuren hinterlassen. Erinnert sei an den Priester Philipp Jenningen, vom Volk bis heute der gute Pater genannt. Er wirkte als Jesuit, Volksmissionar und Mystiker auf dem Schönenberg bei Ellwangen an der Jagst und wird als Apostel des Firngrunds verehrt. Herausragend galten seine asketische Lebensweise und Frömmigkeit, seine Liebenswürdigkeit und sein Humor. Seine Seligsprechung wird durch das Bistum Rottenburg-Stuttgart vorbereitet. An den Priester Johannes Maria Vianney, den heiligen Pfarrer von Ars, der 1929 zum Patron aller Pfarrer der Welt ernannt wurde. Papst Johannes Paul II. nannte ihn 1986 als ein unerreichtes Vorbild für alle Priester. An den Priester Sebastian Kneipp, der seine Berufung in der ganzheitlichen Heilung des Menschen sah und diese als Hydrotherapeut und Naturheilkundler herausragend lebte. Nach dem Bad Wörishofer Pfarrer ist die weltweit bekannte Kneipp Medizin und Wasserkur benannt. An den in Stuttgart geborenen Priester Rupert Mayer, der Jesuit und Präses der Marianischen Männerkongregation, gehörte in der Zeit des Nationalsozialismus zum katholischen Widerstand. Bis heute wird er als Apostel Münchens verehrt. 1987 wurde er selig gesprochen. An den Priester und Kapuziner Pater Pio von San Giovanni Rotondo. Seit 1918 zeigten sich bei ihm Stigmata. Er hatte die Gabe des Heilens, der Prophetie, der Bilokation und der Seelenschau. 1999 wurde Pater Pio vom Papst Johannes Paul II. selig und 2002 heilig gesprochen. Er ist einer der populärsten Heiligen Italiens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Augustinus Hieber wurde am 15. Februar 1886 in Straßdorf bei Schwäbisch Gmünd geboren. Seine Eltern Johann Georg Hieber und dessen Ehefrau Barbara, eine geborene Bonat von Bettringen-Gmünd, arbeiteten auf dem familieneigenen stattlichen Anwesen als gutbürgerliche und geachtete Landwirtsfamilie. Von seinen frommen und fleißigen Eltern erhielten Augustinus, wie auch seine vier älteren Schwestern, eine gediegene katholische religiöse Erziehung. Mit zehn Jahren spürte er bei einem Vespergottesdienst zum Pfingstfest 1896, dass er zum Priestertum berufen sei. Dieses Berufungserlebnis in der alten Straßdorfer Pfarrkirche hinterließ in der jungen Kinderseele tiefe Spuren. Augustinus behielt diese Empfindung zunächst für sich. Bei einer Wallfahrt ins Kloster Einsiedeln, die seine Mutter gemeinsam mit dem kleinen Augustinus unternahm, weihte diese ihren Sohn der besonderen Fürsprache der Gottesmutter von Einsiedeln. Die Verbindung zu diesem Schweizer Wallfahrtsort hielt sein ganzes Leben. Immer wieder suchte der spätere Pfarrer Hieber in besonderen Momenten seines Lebens das Gnadenbild von Einsiedeln zum Gebet auf. Zunächst hatte sich Augustinus mit seinem besonderen Berufswunsch seiner Mutter anvertraut. Beide wussten wohl, was dies für den Vater bedeuten würde, deren Augustinus den selbstverständlichen Hof erben sah. Nun galt es, für Augustinus den geeigneten Moment zu suchen, seinen Priesterwunsch dem Vater kundzutun. Bei der Mitarbeit im Stall spürte das Kind, dass dieser Moment nun wohl gekommen sei. Die haben ja auch gesagt, sein Vater hat auch gesagt. Das ist ja ein großer Hof geworden. Und er sagte ihm schon immer, er wollte immer schon nicht sagen, er will einen Priester machen. Und er hat es nicht fertig gebraucht, weil mein Vater auf jeden Tag stolz geworden sei, er hat einen Hof genommen. Dann ist er zuerst zur Mutter gegangen. Und die hat gesagt, ja, das ist nicht einfach, hat die Mutter gesagt. Das sollst du auch nicht bauen werden. Und er hat gesagt, aber ich will einen Priester werden. Der wirklich das geworden ist, was er sich damals vorgenommen hat, durch den Rat seines Vaters. Dann hat er zum Vater gesagt, ich muss dir heute was beichten. Dann habe ich gesagt, er was willst. Und er hat mir frei gekannt, was er weiß. Dann habe ich gesagt, ich könnte mich ein Priester machen. Dann hat der Vater gesagt, der hat nichts mit deinem erkennen können. So sei der für dich gewesen. Das hat mir ein Herzinfarkt gekannt. So sei er, der ist ins Herz gekommen. Dann hat er lange nichts gesagt, der Vater. Und dann hat er zum Mal gesagt, wenn er das wird, dann kann er sagen. Dann wäre er nicht ein Rechter oder gar keiner. Sonst lasst du lieber Gleifinger weg. Das hat er ihm im Stamm auf den Ton gesagt. Entweder ein ganzer Pfarrer oder gar keiner. Entweder ein rechter Pfarrer oder gar keiner. Und das hat er mitgenommen für sein Leben langer Zeit. Dass die Leute vielleicht in dem Zusammenhang sehen, dass er ein Heiliger gewesen ist, schon zu Lebzeiten. Oder dass er uns die Heiligen als Vorbild hinstellt. So wäre es auch bei Pfarrer Augustinus Hieber, wäre es sehr wichtig, wenn er so oft zur Ehre der Altenjahre erhoben würde. Dass die Leute ihm noch mehr aufschauen. Der lange Ausbildungsweg zum Priester führte Augustinus nach Schwäbisch Gmünd, in das geistliche Konvikt nach Rottweil, sowie in das Wilhelmstift in Tübingen, der Priesterausbildungsstätte der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Am 14. Juli 1910 folgte dann der große Tag. Die langersehnte Priesterweihe im Hohen Dom zu Rottenburg durch Diözesanbischof Dr. Paul Wilhelm von Keppler. Die Primiz in Strassdorf feierte der Primiziant am 18. Juli 1910. Seine erste Fikarstelle trat Hieber 1910 in der Uhrenstadt Schramberg an. Von 1914 bis 1926 wirkte er als Fikar und Kaplan an der St. Nikolauskirche in Stuttgart. Dort war er auch Krankenhausseelsorger am Stuttgarter Karl-Olga-Spital sowie am Marienhospital. Im Advent 1926 mit 40 Jahren wurde Hieber zum Stadtpfarrer der Diaspora-Pfarrerei Göppingen berufen. Schon länger plagten ihn ein stilles Heimweh nach dem Land sowie gesundheitliche Probleme, da er sich als Priester in der Stuttgarter Großstadtseelsorge voll verausgabte. In Göppingen war er näher an der Heimat und freute sich auf das nahe ländliche Umland. Dort begegnete ihm dann auch Fräulein Bertha Schneider, die Hieber schließlich bis zu seinem Tod als treue Haushälterin, Buchhalterin und Chauffeurin begleitete. Die priesterliche Arbeit als Stadtpfarrer in Göppingen forderten von Hieber alle geistigen und körperlichen Kräfte. Oft ging sein Tag mehr als 16 Stunden. Nicht wenige wunderten sich, wo Hieber seine Kraft zu einem solchen Pensum hernahm. Nach zehn Jahren aufopfernder Arbeit wurde Hieber erneut kränklich, wiederum verbunden mit einem stillen Heimweh nach dem Lamm. In schicksalsschwerer Stunde gewisse Quellen sprechen von Lebensgefahr, versprach Hieber, dass er zeitlebens täglich die Herz-Jesu-Litanei beten werde, wenn er wieder gesund werde. Tags darauf sei Hieber verändert gewesen und mit seiner Gesundheit ging es seltsam schnell bergauf. Deswegen entstanden in seinem Umfeld Gerüchte von einer wundersamen Heilung. Mit Rücksicht auf seine Gesundheit bewarb sich Hieber um eine kleinere Pfarrstelle im Allgäu. Dort wollte er so lange bleiben, bis er wieder voll zu Kräften gekommen sei. Das bischöfliche Ordinariat in Rottenburg berief Hieber schließlich auf die verwaiste Pfarrstelle in Mehrratshofen, damals Dekanat Leutkirch, heute Dekanat Allgäu-Oberschwaben, die er Montag, 8. Juni 1936 mit großer Freude antrat. Hier in Mehrratshofen traf Pfarrer Hieber auf eine Umgebung, die seinem Innersten entsprach. Landbevölkerung, Bauernhöfe, Berge, eine gediegene Allgäuer Volksfrömmigkeit, alles war so, wie er es von seiner Kindheit her kannte. Diese hervorragenden Umfelddaten trafen zusammen mit einer tief im Herzen berufenen frommen Priesterseele. So vermochte diese Konstellation aus Pfarrer Hieber das Maximum seiner grundgelegten ihm eigenen Charismen zur vollen Entfaltung zu bringen. Sein unerschütterliches, über die Jahre gewachsenes Gottvertrauen, die Vertiefung seiner persönlichen priesterlichen Spiritualität, sein intensives Gebetsleben, der gekonnte Umgang mit Menschen aller sozialen Herkunft, seine Liebe zu all den Mühseligen und Beladenen, die langsam, wie Pfarrer Hieber selber es sagte, aus nah und fern hierher kamen, weil ihm der liebe Gott so etwas, er sage es bescheiden, wie eine Segenskraft schenkte, ließen ihn zum Segenspfarrer werden. Ja, zu einer heiligmäßigen Priesterpersönlichkeit, die im wahrsten Sinne des Wortes ganzheitlich heilsam und heilend wirkte. Dies zu Lebzeiten und über seinen Tod hinaus. Direkte Heilungen aber sind wirklich vorgekommen, die Leute sind voller Dankbarkeit, sind sie immer wieder nach Merazhofer gekommen und haben Hilfe und Rat gesucht bei ihm. Ich kam in gutem Sinne an uns, der zweite Bub, der Bub ist der älteste, und der war vier Wochen lang, dann war der Sommerpracht und war kein Bub. Und dann schief ich, ich weiß, was wir tun sollen. Dann sind wir zu acht und zehn noch zum Pfarrer Hieber noch gegangen. Ich weiß nicht, das hat es dumm getrieben. Und der hat gesagt, du musst heute Nacht noch zu einem anderen Arzt gehen. Und du kommst da ran, hat er gesagt. Geh du, hat er gesagt. Und das haben wir auch gemacht. Und von dem Weg ist er aufwärts gegangen. Eine Frau hat folgendes Erlebnis mir erzählt, selber persönlich erzählt. Ihr Kind, das zweite oder dritte Mädchen, das sie hatte, ihr Kind hat keine Milch, nach der Geburt keine Milch vertragen. Keinerlei Milch. Man hat machen können, was man wollte. Es hat keine Milch angenommen, das Hauptnahrungsmittel für Babys. Und selbst die Ärzte und die Krankenschwestern haben ihr gesagt, ein solches Kind muss man sterben lassen. Da ist nichts zu machen. Und die hat nicht aufgegeben. Ich habe 1999 einen schweren Unfall gehabt. Ich bin vom Baugericht runtergestürzt und das rückwärts, genau auf dem Kopf. Da hat es mir den vierten Halswirbel rausgedrückt und das Rückenmark abgeschert. Ich war bewusstlos, bin ich am Boden gelegen. Und ein Nachbar hat mich dann zufällig gefunden, wie der Notarzt dann gekommen ist. Und meine Frau war dabei, wo der Notarzt zu meiner Frau gesagt hat, ja, es sieht schlimm aus mit ihrem Mann. Ihr Mann wird wahrscheinlich gelähmt sein. Sie hat zum Beispiel eine Fleischbrühe genommen und alle halbe Stunde dem Kind mit einem Teelöffel Fleischbrühe eingeflößt. Und das Kind hat weiterhin nichts angenommen, sodass es natürlich zum Sterben verurteilt war. Da ist sie zum Pfarrer Hieber gegangen, hat das Kind auf das Fahrrad gepackt, das kleine Kind. Dann hat er zu meiner Frau gesagt, ja, Luise, jetzt kannst du bloß noch eins machen, geh zum Pfarrer Hieber, dass der deinem Mann hilft. Ja, und das hat sie dann gemacht. Ich bin dann nach Tübingen gekommen, in die BG-Klinik. Ich war der schlechteste Patient, der dort eingeliefert geworden ist. Und bin total gelähmt gewesen, total. Ja, das ging dann drei Monate, total gelähmt im Bettläger. Der Pfarrer Hieber ist ihr schon entgegengelaufen und er hat gesagt, also jetzt, liebe gute Frau, jetzt gehen wir in die Kirche. Und er hat sie vor dem Tabernakel knien lassen und das Kind auf den Altar legen lassen. Er hat das Sanktismum aus dem Tabernakel herausgeholt und hat lange, lange das Kind mit dem Sanktismum gesegnet. Und irgendwann haben sich dann wieder Gefühle gezeigt, es hat sich irgendwas bewegt in mir. Und dann habe ich erfahren vom Chefarzt, dass der gesagt hat, ja, man hat am Anfang noch nicht feststellen können, ob es ein kompletter Querschnittfall ist oder ein sogenannter Inkompletter. Bei einem inkompletten Querschnittfall kann es sein, dass von 100 einmal bei einem Patienten das Rückenmark sich von selbst wieder regeneriert und der Patient wieder zum Laufen kommt. Und dann hat er das Sanktismum wieder eingesetzt in den Tabernakel. Sie sind dann die Stufen vom Altar hinuntergegangen und hat gesagt, jetzt können wir heimgehen. Dem Kind ist geholfen, hat er am Rausgehen gesagt. Also das Kind kann jetzt essen und trinken, es ist geheilt. Und tatsächlich, von da an konnte das Kind etwas zu sich nehmen. und war von dort an stärker geworden und gesund geworden, ist geheilt worden. Das hat mir die gute Frau selbst erzählt ein paar Mal, nicht bloß einmal. Ich bin heute fast wieder ein normal lebender Mensch und das habe ich meinem Pfarrer Hieber mit Sicherheit zu verdanken. Das ist ein Geschenk des Himmels. Unser Nachbar, der kam aus der Pfarrerei Mehrratshofen. Und die haben so einen Unglück gehabt. Das einzige Kind ist in eine Wanne reingefallen wie Kalk. Und das hat ihre Taugel verbrennt. Und dann hat man so eine Wange ins Krankenhaus gebraucht. Und man hat ja schon geglaubt, das Kind stirbt. Ich habe so viel husten müssen, unheimlich viel husten müssen und wurde immer schwächer. Ich habe immer weniger Kraft gehabt. Der Hausarzt damals in Gebratshofen, der hat selber keinen Rat gewusst. Der hat auch keine genaue Diagnose stellen können. Aber was der Grund war, das hat damals niemand sagen können, dass er mich dann natürlich zur Untersuchung ins Krankenhaus eingewiesen hat. Und das war gerade vor meinem Geburtstag im Juli 2005. Dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt mal noch am Geburtstag doch heimbleiben. Und dann am anderen Tag bin ich dann ins Krankenhaus gegangen, nach Leutkirch. Und da wurde dann die Diagnose gestellt, aber die haben selber auch zu wenig Kapazität da im Krankenhaus gehabt. Da bin ich aber acht Tage lang gewesen. Dann hat mir der Nachbar erzählt, er ist nach Wangen geradelt. Und ich ins Krankenhaus und habe nach dem Kind geschaut. Und nach, wie geht es? Ja, seit gestern ist wesentlich besser. Da war ein Herr da und seitdem ist wesentlich besser. Ja, wie hat der alles gesehen? Ja, großer, starker. Das muss ein geistlicher gewesen sein. Dann hat er schon gewusst, das war der Pfarrer Heber. Und der hat das Kind gesegnet. Und von da war es wesentlich besser mit dem Kind. Und das hat ja mir der Nachbar so erzählt. Bis die Ärzte mich dann nach Ravensburg überwiesen haben, da könnte man mir eher helfen. So genau haben sie nicht gewusst, was es ist. Nur so ungefähr haben sie die Diagnose gestellt, aber mir nicht, eigentlich mir gar nicht gesagt. Erster Professor Wiedmann in Ravensburg, als ich ihm vorgestellt wurde, als neuer Patient, die endgültige Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Und zwar hat er gemeint, so ziemlich im Endstadion. Und es wäre sehr schwierig, da eine Heilung zu bewirken. Aber er wird alles mögliche Versuche mit seinen Ärzten, und das haben sie auch getan, operiert am Lymphknoten und haben mir sechs, sieben, acht Mal eine Chemotherapie verabreicht. Und dann ging das weiter. Ich bin dann gefördert worden. Und mit der Zeit bin ich dann aus dem Rollstuhl rausgekommen, bin mit dem Rollator gelaufen, habe das Laufen wieder gelernt. Und somit ist das immer aufwärts gegangen. Ich war dann in verschiedene andere Kliniken. So war also die Geschichte. Also an sich haben alle damit gerechnet, samt den Ärzten und den Krankenschwestern usw., dass ich das nicht überlebe, nicht überstehen könnte. Und ich habe es doch durchgehauen. Und zwar, glaube ich, bestimmt durch die vielen Gebete in den Pfarreien. Auch durch die Hilfe vom Pfarrer Hieber. Ich glaube, dass vieles zusammengewirkt hat und geholfen hat. Auch die Schutzengel, wenn man die erwähnen will, an die Pfarrer Hieber so sehr geglaubt hat. Und Pater Pio. Von 100 Patienten kann einer mal das Glück haben, dass sich das Rückenmark wieder regeneriert. Und wenn man der 100. ist, dann ist das wirklich kein normaler Fall mehr. Das ist schon, man kann sagen, oder muss sagen, es ist ein Geschenk des Himmels. Und ich bin heute wieder ein lebensfähiger Mensch. Ja, ich habe mehrere Nachuntersuchungen gehabt. Ich musste ja jeden Monat praktisch, musste mich noch einmal gründlich untersuchen lassen. Und da war auch gerade beim Professor Wiedemann war ich dann des Öfteren. Und er hat dann mit der Zeit festgestellt, sie sind total krebsfrei. Ein Lymphkrebs ist nicht mehr vorhanden. Das ist passé. Auch andere Krebsarten sind nicht da. Sie sind krebsfrei, hat er zuletzt gesagt. Nachdem, wie er sich ausgedrückt hat, dass also die Lebenschancen damals, wo er mich zum ersten Mal untersucht hat, nicht besonders sind. Und dann war er selber eigentlich über die Heilung, war er selbst erstaunt. Und die anderen Ärzte, die mich betreut haben da. Als die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP bei den Reichstagswahlen am 14. September 1930 ihren Anteil an den Wählerstimmen von 2,6 auf 18,3 Prozent erhöhen konnte, sprachen die deutschen Bischöfe erstmals eine deutliche Warnung vor der Partei aus. So wiesen sie unter anderem auf das inhaltsarme Bekenntnis der NSDAP zum Christentum hin. Zudem kritisierten sie die nationalsozialistischen Auffassungen über Kirche, Staat, Schule, Religion und Rasse als schief und falsch, ja zum Teil als dem Christentum entgegengesetzt. Bei dieser ablehnenden Haltung blieb es bis 1933. Sie wurde sogar noch verschärft durch das Verbot, als Katholik Mitglied der NSDAP zu werden. Nach der Machtübernahme Adolf Hitlers am 30. Januar 1933 jedoch, kam die katholische Kirche in eine besonders schwierige Lage. Als das NS-Regime begann, katholische Geistliche und Ordensleute trotz Konkordat durch inszenierte Gerichtsverfahren bei den Gläubigen in Misskredit zu bringen. Nachdem die Kirche zwei Jahre lang vergeblich versucht hatte, diese Praxis zu unterbinden, entschloss sich Papst Pius XI, die Nationalsozialisten öffentlich anzuklagen. In seiner deutschsprachigen Enzyklika mit brennender Sorge kritisierte das Kirchenoberhaupt die Politik Hitlers und griff die Weltanschauung des Nationalsozialismus scharf an. Nach der Verlesung des päpstlichen Rundschreibens in allen deutschen Pfarreien erreichten die Verfolgungen von Geistlichen einen Höhepunkt. Zahlreiche Pfarrer mussten für ihre Opposition gegen das Regime mit mehrjährigen Haftstrafen und Misshandlungen in Konzentrationslagern bezahlen. Ab 1940 wurden sie in Dachau in einem eigenen Priesterblock interniert. Insgesamt waren dort bis 1945 mehr als 3000 Priester und Ordensleute inhaftiert. Rund 1000 von ihnen kamen ums Leben. In den politischen Sturmjahren des Dritten Reiches hatten wir Bürger von Mehrratshofen alle Angst, dass sie an einem schönen Tag den Pfarrer Hieber abholen würden. Und ich weiß noch, wo die Nazis ins Pfarrhaus rauf sind, da haben die alle Angst gehabt, jetzt nehmen wir sie mit. Die haben sie nicht mitgenommen. Die haben nicht die Kraft gehabt, die haben sie mitgenommen. Die haben nicht gehabt, die Kraft, gell? Auf diesem Hintergrund galt Pfarrer Hieber mit seiner dem Nationalsozialismus öffentlich ablehnenden Haltung als sehr gefährdet. Hieber war ein Mann der Wahrheit, ob gelegen oder ungelegen. Dies zeigt sich, indem er die Unwahrheit deutlich beim Namen nimmt, in letzter Konsequenz soweit, dass ihm die Wahrheit wichtiger als sein eigenes Leben erschien. So schrieb Pfarrer Hieber mit roter Tinte in die Mehrratshofer Pfarrchronik, dass das Aufkommen des nationalsozialistischen Regimes von Anfang an eine satanische Lüge sei. Hätten die Nationalsozialisten diese Pfarrchronik in die Hand bekommen, wäre Pfarrer Hieber wie viele Priester während der NS-Zeit in ein Konzentrationslager interniert worden. Mit Recht muss Pfarrer Hieber deswegen als Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus bezeichnet werden. Dies vor allem auch im Hinblick darauf, dass er als zuständiger Schuldekan im Dekanat Leutkirch maßgeblich dafür verantwortlich war, dass der Erlass des Dritten Reiches, die Kreuze aus den Schulen zu entfernen, in seinem Zuständigkeitsbereich nicht zur Umsetzung kam. Dass die SS vor dem Mehrratshofer Pfarrhaus stand, hatte sich in Windeseile im Dorf herumgesprochen. Alle hatten Angst, dass Pfarrer Hieber mitgenommen würde, da sein öffentlicher Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime bekannt war. In der Nazi-Zeit hat auch der Pfarrer immer gesagt, der Gruß von Herrn Hitler hat sie gesagt, ihr zu mir gelobt seid Jesus Christus und dann könnt ihr Herrn Hitler sagen, hat er gesagt. Und die Kreuze waren alle bei uns in der Schule, alle da. Und er hat auch 52 Schulen unter sich gehabt, glaube ich. Und das war, ich weiß nicht genau, auch in dem, was er geht. Und da ist nicht ein einziges Kreuz weggekommen. Es war so, er hat sich dagegen gewehrt, gegen den Erlass des Dritten Reiches, dass man die Kreuze in den Schulen abhängen solle. Er hat sich auch mit den Nachbepfarrern verständigt und die sind dann eins geworden, einfach unter dem Wort vom Pfarrer Hieber, unter der Leitung vom Pfarrer Hieber, dass man die Kreuze nicht abhängt. Und das ist ihm eigentlich dann gelungen. Er hat immer gesagt, ich stehe da, wie eine Eiche hat er gesagt. Das weisst du noch. Ich stehe da, wie eine Eiche. Ich lasse mich nicht unterkriegen, hat er gesagt. Dass sie ihn nicht holen, das hat er voraus gesagt. Ihn holen sie nicht. Er hat gesagt, ich stehe da, wie eine Eiche hat er immer gesagt. Wir werden sie nicht holen, das hat er gesagt. Das war ein grosser Widerstandskämpfer, war er gegen die Nazi, das war er schon. Fräulein Bertha Schneider, die das Gespräch im Pfarrhaus beobachtete und mithören konnte, traute ihren Augen nicht. Nachdem Pfarrer Hieber sich den Männern, der es es kraftvoll entgegengestellt hatte, entspannte sich die Situation zusehends. Es schien, dass sie sich beinahe schämten. Beim Verlassen des Pfarrhauses beobachtete Fräulein Bertha Schneider, dass die Männer sich zum Segen hinknieten und verändert das Pfarrhaus verließen. Pfarrer Hieber berichtete ihr von der seltsamen Wandlung und die Nachricht verbreitete sich nicht nur im Dorf. In der Kriegszeit, wo die Krieger haben, haben 45 Einrichtungen noch, oder 344 noch. Und die haben oft den Stellungsbefehl bekommen, oft am Abend. Und dann haben sie schon am anderen Morgen müssen sie schon irgendeine Kaserne fahren und einfach in den Wehrdienst gehen. Das ist doch so gewesen, dass sie immer am Pfarrer haben, haben noch viel Gott sagen und haben den Sägen bei ihm geholt. Und das hat auch nachts um zwei, drei beim Pfarrer Hieber sein können. Also auch, das ist jetzt der Pfarrgerne groß, dass da viele auch nachts gekommen sind, um noch den Sägen zu erhalten. Und oft ein paar Wochen später sind dann schon Todesmeldungen von denen gekommen. So hart war die Zeit damals. Und er hat ja eh bloß Sicherung. Und die kennen wir uns auch um die Familien und so weiter. Und unter dem Krieg, wo mein Vater auch vermisst war, und dann hat die Mama auch gegangen und hat gefragt, und hat gesagt, sie brauchen keine Angst zu haben, in einem Vierteljahr werden sie Nachricht bekommen. Er ist vermisst, aber er kommt wieder. Und er hat alles genau gestimmt. Also er hat wahnsinnig viel vorausgesagt. Pfarrer Hieber ist ein Priester der neuen und alten Art zugleich. Er lebte und wirkte vor und in der für die Kirche wichtigen Umbruchssituation des Zweiten Vatikanischen Konzils. Alte Schule und Realität der neuen Zeit. Diese Art der Heiligkeit hat ihren Ursprung im Zweiten Vatikanischen Konzil. Ein Priester, der mitten im Volk, an der Seite der einfachen Gläubigen steht, der Lehrer und Vater seiner Gemeinde ist, der für die Gerechtigkeit kämpft und an der Seite der Armen steht. Nach 1945 besonders auch der zahlreichen Flüchtlinge und Heimatvertriebenen, die überall, so auch hier in Mehrratshofen, materiell versorgt und integriert werden mussten. Hier spielte Pfarrer Hieber eine herausragende und vorbildliche Rolle. Was er mit der linken Hand bekam, das gab er mit der rechten weiter. Er war ein Priester, der die Menschenrechte und die Menschenwürde verteidigte. Ein Priester, der die Stimme derer war, die keine Stimme hatten. Wir sind als Flüchtlinge auf Lindau gekommen. Und da hat mein Vater, der war ja Hafner, da ist praktisch eingestellt worden, weil in Gebratshofen der alte Hafner gestorben ist. Ja, und dann sind wir da auf den Mehrratshofen gekommen, zur Frau Mösle. Dort ist das Häusle statt Jachetner. Und da sind wir oben raufgekommen. Da waren zwei allein. Und da war nichts drin, wie bloß ein Herd. Und da mussten wir irgendwie nach Stroh gucken, dass man schlafen kann und dass man warm hat. Und noch mit der Zeit, weil Vater hat schön Arbeit gekriegt in den Mehrratshofen. Doch das, weil der Pfarrer Hieber dazu geholfen hat. Und nachher, wo Weihnachten neu gekommen ist, hat der Pfarrer Hieber alle Flüchtlinge eingeladen. Evangelisch oder katholisch, egal. Alle sind sie eingeladen in die Wirtschaft. Und da gibt es Kuchen und Kaffee. Da blieb es beisammensein. Und er selber war auch dabei. Und vorher, wo man das hat, man hat ja Kuchen gebraucht, da war zwar nicht alles rar, gell. Zucker und alles ist von einem Hof zum anderen und hat da rumgebettelt. Und die Leute haben widerwillig. Aber dem Pfarrer hat man nicht widersprochen. Da hat halt jedes ein bisschen was hergegeben, dass man reichlich Kaffee machen und Kuchen für alle Flüchtlinge. Und jedes Kind hat ein Geschenk bekommen. Und zwar irgendetwas, was man gebraucht hat, und so war der Pfarrer Hieber. In jedem Haus hat er Bescheid gewusst. Wenn er eine Streit gehabt hat, ist er gekommen zum Schlichten. Auf dem Flüchtling hat er sich aber alle sowieso für Kinder geümmert. Und am weisen Sonntag, alle die Mädchen haben weise Gläutchen gekriegt, die hat er selber aus einem Sack gezahlt, dass man die nicht hat. Und so hat er überall Alkohol von wo hat gekümmert. Und das habe ich sehr geschätzt auch noch. Das außerordentliche priesterliche Charisma Pfarrer Hiebers kam anlässlich einer Wallfahrt 1956 nach Rom und San Giovanni Rotondo in besonderem Maße zu einer Bestätigung. 1956, das sind jetzt 60 Jahre her, da wurde eine Rom-Wallfahrt gestattet und ich wurde bestellt als Fotograf. Und neben mir, rechts von mir, war der Pfarrer Strauss von Gebertshofen, links über dem Gang, der Pfarrer Plappet von Waltershofen und dann der Pfarrer Hieber aus Mera zu holen. Die Respektperson des Allgeis. Ah ja, alle haben den Mann verheirrt und was der Pfarrer Hieber gesagt hat, das hat immer geholfen. Dann ist mir noch Rotondo da, war der Pater Pio. Manche haben vom Pater Pio geschwärmt, was das für ein heiliger Mann sei. Und man denkt, ja, ja, die Italiener, die sind da gleich begeistert. Und wo wir da nachgekommen sind, da war ein Kloster. Und dann hat es gesagt, Pater Pio gibt den Segen. Da war so ein kleines Fenster in seiner Zelle. Dann und dann. Und dann haben sich schon viele Leute versammelt da eben an dem Kloster. Oh, noch ein Geldsfenster. Pater Pio, Pater Pio, Pater Pio, die Italiener, die haben da auch. Das sind mir gar nicht so gewöhnt, dass man so verrückt wird. Aber wie gesagt, wir waren dann schon auch noch begeistert. Besonders, wo man dann bei der Heiligen Messe dabei war, am anderen Morgen. Und die ist ja schon ganz früh hergegangen. bei der Dunkelheit. Dann sind die Geistlichen, die haben sich schon, der Pater Pio, der heilige Mann und besonders der Pfarrer Hieber, der soll ja den Pater Pio gesegnet haben. So haben sie es auch erzählt, auch am Bus. Das ist natürlich schon was Besonderes. Der Pfarrer Hieber hat mir persönlich erzählt, da ist er beim Pater Pio gewesen, da hat er vom Pater Pio das hergeweilen. Und dann hat der Pater Pio gesagt, er soll zurückkommen. Das hat der Pfarrer Hieber erzählt, das weiß ich noch. Und dann ist er, glaube ich, zurückgegangen. Und dann hat er gesagt, Im Allgäu habt ihr selber einen Segenspfarrer unter euch, wie der Pater Pio das wusste. Und Pfarrer Hieber, der hat ja lang erzählt und konnte gar nicht darüber hinwegkommen, dass er Pater Pio, wie Pater Pio es von ihm gewünscht hat, Pater Pio segnen durfte und wie Pater Pio ihn gesegnet hat und dass er den Segen auch weiter vermitteln durfte. Das ist also ganz wunderbar, dass der Pater Pio das gesehen hat am Pfarrer Hieber, als er ihn besucht hat damals mit einer Pilgergruppe. Und dass er ihn aus der ganzen Menge heraus erkannt hat und ihn zu sich gerufen hat. Das war nach sehr wenigen Pilgern. war das Glück zuteil geworden. Es war ja immer ein großer Andrang, eine große Menge, die Pater Pio fast erdrückte und dass er der Einzelne herausgerufen hat aus dieser Menge. Das war ein ganz großes Glück und eine Gnade für Pfarrer Hieber. Deshalb käme man meistens immer viel zu spät, wenn man dem Pfarrer Hieber natürlich zur Lebzeiten schon sehr geschätzt und geachtet hat. Aber nach dem Tode erst ist die denn aufgegangen, was sie da für eine Priesterpersönlichkeit in ihrer Mitte gehabt haben. Und mittlerweile wissen wir ja, dass Pater Pio gesagt hat, ihr habt doch den Gleichen bei euch. Warum kommt ihr zu mir? Und da wurde natürlich der Pfarrer Hieber gemeint. Der 2002 heiliggesprochene Pater Pio erkannte Pfarrer Hieber in seiner Wirkkraft und bestätigte der versammelten Gruppe von Pilgern, warum kommt ihr zu mir, wo ihr doch denselben bei euch habt. Eine solche Bestätigung eines zwischenzeitlich heiliggesprochenen ist für das ganze priesterliche Erbe Pfarrer Hiebers außerordentlich wichtig und bedeutsam. Pater Pio erkannte in ihm letztlich sich selber. Auf jeden Fall wäre es für die Leute, die an die priesterliche Tätigkeit, an die Sorge, an die Seelsorge der Priester glauben, wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn sie so einen Mann als Heiligen verehren dürften und ihn weiterhin dann als Heiligen anrufen könnten und so mit Hoffnung erfüllt wären, dass ihnen geholfen wird, wenn der Pfarrer Augustinus Hieber so viele Ähnlichkeiten mit dem Pater Pio hat. Dann kann man nicht übersehen, dass gerade die innere Seelenschau, oder seine Charismen sich viel mit denen von Pater Pio sich berühren. Das wäre auf jeden Fall sehr gnadenreich für die Gläubigen, einen solchen Menschen zu sehen, der ihnen Vorbild ist, der wirklich ganz sich auf seine Aufgabe eingelassen hat und auf seine priesterliche Seelsorgsarbeit ganz da war, also sich überhaupt nicht geschont hat. Vielen Heiligen sind oft schon zu Lebzeiten besondere Gnadengaben und Charismen nachgesagt worden. So zum Beispiel die Gabe der Seelenschau. Dies bedeutet, einen Menschen ganz zu erkennen und sein verborgenes Innerstes in einem Augenblick erfassen zu können. Dies mit dem Ziel, ihn letztlich auf den richtigen Weg zurückzuführen. Deshalb war Pfarrer Hieber ein geschätzter Beichtvater, der zahlreich und gerne aufgesucht wurde. Nicht selten, so erzählen Augenzeugen, konnte Pfarrer Hieber den beichtenden Dinge aus ihrem Leben benennen, die er nicht wissen konnte. Oder die Gabe der Heilung. Dabei geht es zuerst um das Heil der Seele, die Ewigkeitsdimension hat. Und erst in einem zweiten Schritt kann damit verbunden auch eine körperliche Heilung vonstatten gehen. Solche Gaben wurden und werden Pfarrer Hieber von Betroffenen, die dies selbst persönlich erfahren haben, zugeschrieben. In dieser Thematik geht es nicht um Aberglauben und Wundersucht, sondern immer um die Hinwendung eines Menschen in den Willen Gottes für sein konkretes Leben. Unserem Verein liegen zahlreiche Berichte vor, die genau solche heilsamen und heilenden Begebenheiten bezeugen. In die Reihe bedeutender Priestergestalten reiht sich insbesondere eine Priesterpersönlichkeit ein, die schon zu Lebzeiten weit über den süddeutschen Raum hinaus bekannt war. Pfarrer Augustinus Hieber aus Merazofen, der 1968 im Ruf der Heiligkeit gestorben ist. Wer das Grab dieses großen und bescheidenen Priesters auf dem Friedhof in Merazofen im württembergischen Allgäu besucht, der spürt, dass sich hier Himmel und Erde berühren. Das Grab säumen unzählige Votivtafeln. Hinter jeder Einzelnen verbirgt sich ein Schicksal, das durch das vertrauensvolle Gebet zu Pfarrer Hieber eine glückliche Wende nehmen durfte. Wenn man ihm begegnet ist und die Augen gesehen hat, hat man gesehen, er hat eine höhere Macht an sich. Ich weiß von einer Bekannten von mir, der hat gesagt, du sollst den Mann nie hören, du bist nie glücklich mit ihm, glaub mir das. Und sie hat es aber nicht geglaubt und hat ihn trotzdem gehirrt und ist nicht gegangen. Aber sie hat nicht oft zu mir gesagt, du, wenn ich etwas gelöst hätte. Der hat immer können sagen, knieh ihn nahe, und dann hat er eine Stolakette, und das hat er auf den Kopf draufgezogen. Und da hat er immer gesagt, aber er hat die Augen immer gegen den Himmel gesehen. Die hat er nie auf der Wanne gesehen, immer gegen den Himmel gesehen, die Augen. Und da hat er seine Macht gesehen, der Heilige Geist ist bei mir, hat er immer gesagt. Der Segen des Segenspfarrers vom Allgäu berührt die Herzen der Menschen weiter, noch nach 50 Jahren. Was verbirgt sich hinter dem Phänomen eines Priesters, der unter der Anrufung Segenspfarrer vom Allgäu in die Geschichte einer ganzen Region eingeht. Manche, die mit Schwermut gekommen sind, hat er wieder so weit gebracht, dass sie wieder Lebensmut bekommen haben. Und so hat er sehr, sehr segensreich durch seinen Segen vor allem geholfen und den Leuten zugesprochen, lange sich mit ihnen unterhalten. Sie konnten zu jeder Tages- und Abendzeit, bis in die Nacht hinein, zu ihm kommen. Er war einfach da für die Leute. Von seiner Segenskraft kann man natürlich auch seine Beichttätigkeit erwähnen. Zu ihm sind die Leute wirklich noch zum Beichten gekommen und haben einen guten Zuspruch bekommen. Man kann ihn natürlich fast wie Pater Pio vergleichen, wie segensreich, dass er im Beichtstuhl gewirkt hat. Die Segenskraft hat sich herumgesprochen vom Pfarrerheber. Und dass er ein großer Bäter ist, dann haben die Menschen durch das vertraut, dass diese Segenskraft, dass das auch stimmt. Das kann ja nicht von ungefähr kommen, muss also vom Bäten kommen. Das haben die Leute also schon registriert und haben dann einfach mehr Vertrauen gefasst und sind immer mehr Menschen gekommen. Klar, wenn man den Mann gekannt hat, man hat schon aufgeschaut. Das war schon so eine Respektperson. Und ich weiß, dass da viele Leute von auswärts gekommen sind zum Beichter und ich habe gehört, dass manche haben etwas ausgelaufen. Na, der hat dann keine ins Gesicht hineinsagen. Und was ist mit dem, was ich gebeichtet hat? Der konnte, das war erstaunlich, was der als der Leute hat ins Gesicht hineinsagen können. Der hat dann keine die Sünden sagen, wo sie begangen haben, wo sie sich nicht mehr daran erinnert haben. Ja, als Beichtvater. Ja, das ist ja fast dramatisch oft gewesen, was er hat Beicht gehört. Also es war die Norm und auch bei den Bürgern, dass sie zu viele Feste, wie das Herz-Jesu-Fest, Rosenkreuz-Fest, Allerheiligen und Weihnachten hat auch der Pfarrer Hebräer erwartet, dass jeder zur Beicht geht und zur Kommunion. Die Leute waren immer hoch beglückt und hoch erfreut und ganz neu, wenn sie aus dem Beichtstuhl herausgekommen sind und haben das dann anderen erzählt, dass sie sozusagen innerlich, seelisch geheilt worden sind. So gibt es auch manche Bekehrungen, die durch ihn geschehen sind, dass sie wieder ein neues Leben beginnen konnten. Wenn der im Beichtstuhl war, da hat er keiner, ich sage, es ist lang drin, wenn er nicht immer, und da sind oft Leute gekommen, die sind wieder gegangen, und dann ist er raus und hat gesagt, ich bin noch da für euch. Und so hat er geholfen. Und wenn sie nicht gekommen sind, dann ist er ins Pfarrhaus rauf, und dann hat er gesagt, ich habe gewusst, dass du zu mir ins Pfarrhaus raufkommst und holst mich. Und das war so. Auch in Mehrheitshofer, beim Pfarrerheber und vor allem im Allgäu, die Säkularisierung hat er auch nicht halt gemacht und die Verwältigung. Und da sind es halt immer auch ein paar, sind nicht zur Kommunion und zu den Sakramente gekommen. Und er war dann richtig traurig, wenn von seiner Gemeinde, von seinen ca. 300 Menschen, 50 Männer und Frauen, die heute zu Beich kommen sollen, wenn da zwei gefehlt haben. Er hat genau gewusst, welche zwei, und hat es nicht gesagt, aber in der Zahl hat er es immer genannt. Es war ihm also wichtig, als ein Hochfest ohne Sakramentempfang. Das geht ja gar nicht, hat er den Menschen gelehrt, und so haben sie es auch empfunden, und sie haben ihn auch da mitgetragen. Das gilt für Sie, und sie haben ihn auch wichtig, und sie haben ihn auch hier geplant. Amen. 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 Wenn er das letzte Mal da war, hat er gesagt, alle Kinder sollen kommen und ich will euch jetzt noch den Segen geben. Ich komme jetzt auch nicht mehr, hat er gesagt, als er das letzte Mal im Haus war. Und da ist er lange da gewesen, hat sich so ein Auge so verdreht und hat den Himmel aufgeschaut. Und er hat gesagt, aber es wird euch kein größeres Unglisch geschehen. Aber ihr werdet es jetzt noch nicht glauben mir, aber er kommt auf meine Worte zurück. Und er hat wahnsinnig viel vorausgesagt. Und es ist alles eingetroffen. Was er bis jetzt gesagt hat, ist immer eingetroffen. Er hat auch gesagt, wir müssen in der Schule sein, hat er gesagt, merkt es euch gut, es gibt einen bitter, schweren, ernsten Zeitgang in ihr entgegen. Ich verlebe es nicht mehr, aber ihr werdet es noch verleben, hat er gesagt. Und es wird eine große Hungersnot kommen und der dritte Weltkrieg steht bevor und es werden auch noch viele Einbrüche kommen. Das werden auch noch verleben, hat er gesagt. Aber bleibt stark im Glauben, da wird eigentlich nichts geschehen. Durch die Gemeindepastoral, durch die lange Zeit und die Vielfältigkeit der Aufgaben, waren wir auch freundschaftlich miteinander verbunden, auch einfach menschlich. Vielleicht habe ich ja deshalb die Gnade gehabt, dass ich als Einziger von der Pfarrei mit beim Sterben am 4. Januar 1968 zugegen sein durfte. Natürlich war das alles für mich alles ein Schock, das alles zu erleben, aber trotzdem bin ich dankbar gewesen, einfach, dass ich so den Abschluss mit Pfarrer Hieber begehen konnte. Ich wusste natürlich nicht, was machen. Ich bin dann vom Sterbezimmer hinaus und bin in die Kirche runter und habe alle Glocken geläutet, weil ich wusste sonst nicht, wie ich es zur Pfarrei bekannt geben sollte. Es war ein Wintertag, ein Jahrhundert Wintertag, als der Pfarrer Hieber da gestorben ist. Aber die Glocken durchdrangen auch dann die Schneegestäber und auch einfach den Meter hohen Schnee. Alles ist dann, hat gewusst, die Menschen, die die Glocken ertönen hörten, wusste eigentlich jeder, warum die Glocken läuten. Ich hatte ja die Glocken herunter, das war mit dem, als die Glocken geliehen, dann haben wir gesagt, oh je, jetzt ist der Pfarrer Hieber gestorben. Und dann war der, dann ist ein Steiger gekommen, das Weiß ist zu mir gekommen und hat gesagt, du, du musst so mal gucken, dass man den Sarg herbringt, gell. Und der Pfarrer Hieber ist am Torbett oben gelegen und dann hat er so die Hand runtergehalten und der Finger ist immer so rausgestanden, der Finger. Der Finger, und der hat mich nicht nacktun können, der ist gleich wieder raus. Der Pfarrer Hieber hat immer gesagt, das ist mein warnender Finger. Das hat er immer gesagt, gell. Und der Finger ist aber auch geblieben. Der ist auch im Sargdinnen geblieben, kann mir jeder bezeigen, wer es gesehen hat, gell. Und ich auch, als man die Kirche aufgebart hat, der Finger ist hoch geblieben, der war nicht, ist nicht nackt. Und er hat immer gesagt, mein warnender Finger. Und die Frau Degendorfer, die lebt da jetzt auch nicht mehr, und die hat gesehen, so etwas hat sie noch nie verliebt. Hat sie noch nie verliebt, keine Riengesteine gehört, gell. Und sie waren aber auch so schön, wie ob er geschlafen hat. Und jeder hat dann gesagt, es wird keiner ohne Hilfe gehen. Und Gott auch keiner ohne Hilfe. Da geht keiner. Wenn er ein bisschen auch wirklich mit ihm verbunden war und auch mit ihm geschwätzt mit ihm, dann kannst du auch mit ihm sprechen, wenn du allein bist. Aber du bist selten alleine, ganz selten alleine, gell. Ich meine, so einem Pfarrer gibt es keiner mehr. Gibt es keiner mehr. Das hat er aufgesagt, wenn ich nicht mehr da bin, dann ist er in die Hölle los. Das hat er gesagt. Dann ist er in die Hölle los. So einem Pfarrer gibt es keiner mehr. Das beschauliche Dorf Mehrratshofen hat sich nach und nach zu einem Wallfahrtsort vor mittlerweile internationalem Rang entwickelt. Dies allein deswegen, weil Pfarrer Hieber nichts anderes tat, als durch und durch Priester zu sein. Dazu gehört wesentlich, den Willen Gottes in seinem Leben zu erkennen und zu leben. Dazu gehört, durch und durch Gefäß für die Wirkkraft Gottes zu sein. Wer ein solches Gefäß ist, der kann Menschen wirklich helfen, beraten, heilen, befreien, bekehren, segnen und in den Willen Gottes hineinführen. Dies alles spiegelt sich exakt in dem wieder, was suchende Menschen hier finden. Deswegen ist dieser Ort für die einen wundersam und für die anderen wunderbar. Für diejenigen aber, die hier wirklich persönliche Hilfe erfahren haben und das 50 Jahre nach dem Tod Pfarrer Hiebers, ist dieser Ort schlichtweg gesegnet. Aus Dankbarkeit gehe ich immer wieder zum Pfarrer Hieber ans Grab. Und da ist es einmal passiert, dass ich einen Pkw stehen habe, mit Schweizer, mit Züricher Nummer und bin bei meinem Schwager, der dicht neben dem Pfarrer Hieber beerdigt ist, bin ich hingegangen und habe gesehen, dass da einige Leute beim Pfarrer Hieber am Grab standen und gebetet haben. Und zum Schluss hat es immer geheißen, Lob und Dank, Lob und Dank. Wenn so viele Leute kommen, werden doch nicht der Pfarrer, guck mal nach, es kommen doch die Leute. Du kannst nur, wenn du willst, auf Meeresofen, da ist immer jemand da und die viele Busse, die kommen. Und die umsonst gehen ja nicht rein. Die suchen alle Hilfe und die kriegen alle Hilfe. Der hat ja gesagt, ich lasse niemanden umsonst gehen, hat er gesagt. Und das tut er auch weiter. Sie werden zu ihm kommen, da nicht hilft er auch. Du musst auch kommen und musst auch bitten, du musst aber auch nochmal und danken. Das sollte man halt auch nicht vergessen, gell? Und dann habe ich gedacht, naja, da musst du jetzt doch mal hingehen und mal schauen, was die Leute zum Loben und zum Danken haben. Und da bin ich dann hingegangen und habe dann zugekehrt. Und da kommt plötzlich eine Frau zu mir her und sagt, stört Sie das, wenn wir hier beten? Dann habe ich gesagt, nein, ganz im Gegenteil. Ich bin dem Mann auch zu Dank verpflichtet, der hat mir auch geholfen. Dann hat sie wissen wollen, was mir passiert ist und wie der mir geholfen hat. Und wie ich das geschildert habe, habe ich gesagt, und was haben Sie für ein Problem? Und dann hat sie mir erzählt. Also sie hat einen Freund, einen Studienkollege, der ist schon seit Monaten im Koma. Sie hat bei allen Ärzten schon probiert, Hilfe zu kriegen, dass man dem Mann helfen kann. Kein Arzt, kein Heilpraktiker, niemand hat ihm helfen können. Und da hat sie mit einer Freundin erfahren, dass in Süddeutschland, in einem kleinen Dörfli irgendwo, ein Pfarrer ist, der aus dem Jenseits Wunder wirkt. Und dann hat sie keinen Ruh gegeben, bis sie das gefunden hat. Und sie sei dann an Weihnachten kniehoch im Schnee gewartet und ist dem Pfarrer Hieber ans Grab gegangen und hat ihn gebeten, er soll ihrem Freund, ihrem Studienkollege helfen, der sei im Koma. Und der letzte Arzt habe ihr bescheinigt, wenn dieser Mann jetzt bis zum 28. Januar nicht mehr zu sich kommt, dass das Gehirn dann tot ist. Der Mann kommt nie mehr zu sich. Und dann sagt sie, ja, und jetzt ist das Interessanteste das, ich bin dann heimgegangen und am 28. Januar klingelt bei mir das Telefon. Wer ruft an? Mein Freund, mein Studienkollege und sagt, stell dir vor, ich bin heute aus meinem Dauerkoma erwacht. Das war wirklich ein Geschenk des Himmels. Die Frau ist überall glücklich und dankbar. Und was er mir das erzählt hat, habe ich gesagt, okay, da haben sie also wirklich allen Grund zum Loben und zum Danken. Auf jeden Fall wäre es für die Leute, die an die priesterliche Tätigkeit und die Sorge, an die Seelsorge der Priester glauben, wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn sie so einen Mann als Heiligen verehren dürften und ihn weiterhin dann als Heiligen anrufen könnten und so mit Hoffnung erfüllt wären, dass ihnen geholfen wird. Denn wenn der Pfarrer Augustinus Hieber so viele Ähnlichkeiten mit dem Pater Pio hat, dann kann man nicht übersehen, dass gerade die innere Seelenschau, seine Charismen, sich viel mit denen von Pater Pio sich berühren. Und er hat alles verschenkt, weil was er Geld gekriegt hat, das ist alles unter die Arme gegangen. Alles, der hat nichts behalten für sich. Und wenn eine große Anschaffung war für die Kirche oder für die Glocke oder für die Kirchenremeration, war er immer der Erste, der sein Geld gestiftet hat. War er immer der Erste. Es wäre jedenfalls sehr gnadenreich für die Gläubigen, einen solchen Menschen zu sehen, der ihnen Vorbild ist, der wirklich ganz sich auf seine Aufgabe eingelassen hat und auf seine priesterliche Seelsorgsarbeit ganz da war, also sich überhaupt nicht geschont hat. Denn das sehen viele erst natürlich, nachdem einer gestorben ist, was er bedeutet hat. So ist es bei den meisten Menschen. Natürlich, nachdem viele Hilfe erfahren haben, ist es sehr bekannt geworden. Durch den Zulauf und durch die vielen Motivtafeln sind die Leute mehr und mehr auf ihn aufmerksam geworden. Die Leute, die sind natürlich ganz Außerwählte und Besondere, die von auswärts kommen, dass die Leute ihn sehr, sehr hoch geschätzt haben und dass sie zu ihm gekommen sind, um Hilfe zu erfahren. In jeder seelischer und leiblicher Not sind viele zu ihm gepilgert. Und viele haben natürlich auch diese Hilfe erfahren. Sonst wären die viele Motivtafeln nicht da. Man kann nicht dasselbe leisten. Und leisten tut man sowieso nichts. Denn was hat man denn, was man nicht geschenkt bekommen hat? Und so hat auch er es immer so gehalten, dass alles Gnade ist und alles Geschenk ist. Und so habe ich es dann selber auch empfunden. Und die Leute natürlich aus der Ortschaft, Mehrheitshofen, aus der Pfarrei, haben von ihm erzählt. Und ich habe gern gehört, was früher war und was er getan hat, was er seelsorglich geleistet hat. Und es ist ja sehr bewundernswert, wie Leute nach Jahrzehnten immer noch von einem Priester sprechen, der da gewirkt hat. Denn das ist ja nicht selbstverständlich. Da muss ja schon eine ganz große, bedeutende Persönlichkeit gewesen sein. Eine Priestergestalt, die man vielleicht selten findet. Wir als Pfarrer Augustinus Hieber Gedächtnisverein e.V. haben uns zur Aufgabe gemacht, das Andenken am Pfarrer Hieber lebendig zu halten, sein Lebenszeugnis an die kommenden Generationen zu bewahren und ihn durch ein offizielles Seligsprechungsverfahren von kirchlicher Seite anzuerkennen. Dafür setzen sich mittlerweile über 800 Mitglieder in ganz Europa verteilt im Verein ein. Der Verein organisiert zum Beispiel jährlich am Todestag vom Pfarrer Hieber, dem 4. Januar, eine Gedenkmesse mit anschließender Generalversammlung. Darüber hinaus ist es unserem Verein eine besondere Freude, im neu renovierten Pfarrhaus der früheren Wirkungsstätte vom Pfarrer Hieber unsere Geschäftsstelle unterbringen zu können. Das Pfarrhaus soll ein Ort der Begegnung sein, mit einem Museum ausgestattet und mit einem kleinen Kaffee, damit die vielen Pilger, es sind mehrere Tausend, im Jahr auch eine Örtlichkeit finden, um sich gegenseitig austauschen zu können. Ich danke euch allen für das, was ihr in diesen Tagen eurem Seelsorger an Freuden bereitet habt. Nicht, als ob ich etwas erwartet hätte. Oh nein! Aber ich wusste nicht, eure dankbare Liebe und weiß sie jeden Tag zu schätzen. Ob ich noch mehrere Jahre in dieser Gemeinde meine pastorelle Aufgabe erfülle, das steht bei Gott. Ich will nichts anderes als seinen Fühlen erfüllen. Und es ist mir ein innerstes Anliegen, das Priestertum, die priesterliche Aufgabe, die ganze katholische Welt anschauen und lebensaufpassen, durch mein Priesterwirken leuchten zu lassen. Oh, ich weiß, um meine Schwachheit und Arme will ich sein. Ich weiß nur, zu gut, man macht auch Fehler. Man hätte manches anders machen, hätte manches anders machen sollen. Aber nicht darum kommt es da, sondern darauf, dass man eins hat. Die Liebe. Die Liebe. Die Liebe. Die Liebe. Untertitelung des ZDF, 2020